Mein Favoritenspiel ist das, ist es nicht, ganz einfach. Welch nur der neueste? Der sechste. Okay. Und wie gesagt, also ist zwar ein schöner Survival-Horror-Shooter, naja Horror wohl nicht so, aber ich weiß nicht. Ich kann mich damit nicht identifizieren, sagen wir so. Ich werde jetzt, bevor du dich wunderst, ich werde das ein bisschen mit der Machete rumfuchteln, um ein Erschiefment zu bekommen. Achso, ja klar, mach man, mach man. Weil er hat irgendwie so und so viel Headshot, sag ich jetzt mal, mit der Machete. Also mit Nackernwaffen kriegt man ein Erschiefment. Oh, hier sind wir. Funkruf annehmen? Ja, pass auf. Oh, das ist echt lange. Pass auf, wir haben dieses Level ja schon mal gespielt. Beim letzten Mal bist du vom Charger ins Meer geworfen worden. Ah. Weißt du noch? Ja, ich kann mich auch allgemein an dieses erinnern, weil ich das letztens erst wieder geguckt habe. Ich habe mich halt gespoilert. Ich weiß, wie das funktioniert. Oh, hier ist eine Rauhbombe. Meine. Ja, ich weiß, die brauche ich auch jetzt gerade. Toll. Warte, hier. Ist egal, ist egal. Oh, jetzt liegt sie da. Jetzt liegt sie da. Unten war da noch eine. Ja, egal. Ich habe jetzt hier... Hier, komm. Hier. Wo war sie denn jetzt? Hallo, Zombie. Ich brauche sie denn jetzt. Irgendwo hier lag noch eine. Ach ja, nicht zu vergessen... Oh! Oh, gehedert. Alter, die hat den Kopf verloren. Cool. Wie gesagt, hier ist Munition. Nicht, dass du das vergisst. Ich weiß. Und hier noch... Da drüben. Hier. Da kommt dann das Boot an, wo wir hinrennen müssen. Ich weiß. Genau. Hier ist Molly. Gut, dann... Ich würde sagen, wir halten uns aber oben. Das sowieso. So wie beim letzten Mal. An unser letztes Mal können wir mich erinnern. Luis, komm rein jetzt. Oh, so... Wo ist Zoe denn jetzt? Gut. Tür zu. So, soll ich annehmen? Ja, ich wollte gerade Spaß machen, aber okay. Was, was? Ja, dann macht doch Spaß. Nee, schon jetzt ist es zu spät. Nee, mach mal. Ja, man hat schon gesehen, dass jetzt das ist doof. Ja, okay. So hoch. Ich stelle mich jetzt mal eben fix ans Gewehr. Und ich hau hier mit einer Brechstange drauf, ne? Kannst du tun, ja. Wir überleben sowieso. Es ist auch leicht. Ja, soviel dazu. Schieß mal eben bitte aus dem Fen... Leute! Hilfe, hilf mir mal kurz, hilf mir. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Alter! Meine Fresse, ey. Das ist so... Kackspiel, Kackspiel. Komm hoch, hörst du dir. Hoch, wieder, hoch, wieder. Hörst du dir und jetzt schon? Voll der Noob, ey. Was für ein Lappen. Wo bleibt denn das Incoming? Keine Ahnung. Hab doch gedrückt. Ach so. Hab doch gedrückt, oder nicht? Du musst es zweimal machen. Oh, klasse. Ich hab's bestätigt, jetzt kommt das Incoming. Und du rast dich eben schon aufgeliehen. Oh, so ein Macker, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Jetzt. Hilfe, naht. Sehr schön. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Das kommt doch noch gar nicht. Pass lieber hier auf die Treppe auf, Macker. Natürlich, dann müsstest du doch. Nee, doch nicht. Komm hoch, komm hoch. Das ist gut, jetzt schon kommt aller. Du glaubst gar nicht, wie schnell ich da bin, oder? Geköpft. Entschuldige, du, du, du. Entschuldige, du, du, du. Was hatten wir denn noch geändert? Wir hatten den Tank geändert, ne? Den Charter und wenn du den Tank hast, jetzt verraten, du Idiot. Oh, aber ja, sie sehen das sowieso gleich, also von daher. Und dann musst du gleich auf die Musik vom Tank achten. Ich hab kaum Musik an, weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich Musik anhab, dass meine Musik dann auf deinen Rechner projiziert wird. Das ist kacke. Wenn sie zu laut ist. Äh, ja. Oh, ein Charter! Na toll, ich hab' ich... Alter! Nee, das war ein Spiller. Und ein Charter war auch da. Echt? Ach, das Feuer kommt die hoch. Verdammt. Hast du das Achievement schon bekommen, oder was? Nee, noch nicht. Ich will jetzt wieder verkacken, weißt du? Mach deine Achievement ruhig. Wir verkacken schon nicht. Darf ich hier rumlaufen? Mach klar. Wenn du willst, dass wir verkacken... Alter, wie cool der aussieht, Mann. Wer? Der Boomer. Der Boomer? Sieht der andere aus? Hm. Wie das denn? Äh, wie um... Da hörst du die Musik? Ja. Ist das der Tank? Ja. Ach, wie geil ist das denn, Alter? Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Ich hab' versuch'n'n gleich... Wirst du, wo ist der Penner? Das ist ne epische Musik, oder? Ja, ist schon nicht schlecht. So, weep. Danke. Wo ist der? Oh, oh, oh. Alter, wie cool. Ey, der hat mich über die halbe Tarte gehauen. Das ist ja echt mal der Hammer, ey. Ich... Ganz ehrlich, ich kann dieses, äh... Ich nenn's jetzt mal Text-Shot-Back. echt jedem ans Herz legen. Guckt euch diesen Tank an, Alter, ohne Witz. Und wie er auf die Knie geht. So gut, Alter, so gut. So. Da kommt Char-Char. Ne? Wo, 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 wo? Alter, wie cool auch der mal aussieht, Alter. Ja. Oh, ich hab' ihn gekillt. Was ist denn los? Ja, ist doch nur ein Char-Char, war kein Tank, ne? Ist ja egal. Also, ich mein... Ich muss mich mal heilen. Äh, pass mal auf mich auf. Okay, wo bist du denn? Da. Ich steh' hinter dir. Na, also heute, ich hab' keine Muni mehr. Der Händnis-Muni. Ach, du bist fertig jetzt? Womit? Ich muss noch sagen, wenn ich auch noch nicht decken kann. Wie, was, wie meinst du das? Ich meinst, eigentlich soll ich decken. Hab' ich getan. Ach so, ne, ich hab' noch nicht. Ist alles gut, ist alles gut. So, äh, jetzt... Äh, achte mal eben auf mich. Ich muss mich mal ganz, ganz fix halten. Jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Ich steh' hier genau zwischen den beiden. So, ich muss mir einen Fix-Muni holen. Wo haben wir die? Hinter dem Dingshaus. Bootshaus. Oh, oh. Iii, Alter. Scheiß-Boomer, Alter. So, aus wie ne alte Frau mit decken Tätten, ey. Eklig. Luis, lass ich mal hier heilen, der Idiot. Oh, oh. Nein, schau, 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 schau. Oh, 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 Alter. Huuu, verdammt. Wer hat ihn jetzt gekillt? Äh, ich glaube, Luis. Ne, du, du, du hast ihn gekillt? So, wo war jetzt das Demunition? Hinter unserem Boothaus, da, wo wir das gemacht haben. Da, wo das Licht herkommt. Achso, ja, gut. Ah, super, genau. Ah, da liegt ja auch noch ein... Medi-Back, genau. Ach, komm, ehrlich. Tank! Ja, ich hab grad... Warte, ich hab Molly, ich hab Molly, wo ist der? So, er brennt. Der Tank? Ja. Brenn soll ja helfen, hab ich gehört. Noch mal was? Brenn soll ja helfen bei Tanks. Ja, äh, so sagt man. Und es ist so. Wunderbar. Ist das Boot schon da? Ja, doch, es kommt grade, es kommt grade, wir gehen hin, komm. Nein, scheiße, Schmoker. Schmoker! Schmoker! Ja, ich bin grad aufm Weg. Schmoker! Da ist ein Schmoker! Dankeschön! Komm zum Boot! Es kommt grade! Ja, ich muss ja erstmal loskommen, Makar! Ich sag's doch nur! Alter, du hast es ja schon fünfmal gesagt, ich weiß... Alter, wie cool! Wir haben's geschafft! Wehlelelelele Where will that Beckenbomb? Lass mich drauf da! So, ich bin da! Leg hoch! Luis, komm! Nein! Nicht da! Oh, ernsthaft, ey! So, von hier auf und vom Pfiff! Ich hab noch eine Rohrbombe geworfen! Ja, dann komm jetzt nämlich ins Her! Los, Luis, komm, 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 komm! Oh, Quiesel, ey! Ich hau das Schiff, komm her! Ja, wunderbar, Digga! So soll das sein! So ein schönes Ding haben wir! Darum erstmal einen Siegerstuhl Kaffee saufen! Ja, mach das! Hab ich mir auch verdient, wa? Mhm! Die Überliebenden konnten... Fliehen! Dann wollen wir mal gucken! So, ihr als sie selbst! Luis als sie selbst! Kale das als Francis! Der ist als Bill! Ey, wieso Bill? Ich bin noch Leon! 13 Minuten, Alter! Für eine Mission, ne? Geil! Wir sind echte Profis, Alter! Ja! Ich hab am meisten Verbandszeug benutzt! Wuhu! Adrenalin hat Luis einmal benutzt! Mhm! Oh! Vier Rohrbomber hast du benutzt! Entschuldigung! Bei Molotow hab ich benutzt! Na, nicht schlecht! 22 Nahkampfkills! Ja! Ein mehr! Nicht schlecht! 21 hab ich... Alter, ich hab 21! Ich hab zwei Hunter gekillt! Ein Boomer! Ja, ich hab noch ein Boomer! Null Smoker! Ein Charger! Ja! Ein Jockey! Ein Spitter! Und 89... Äh... Vier... Ich hab... 110 gewöhnliche Infizierte gekillt! Ich hab 94! Ja! Ich hab am wenigsten Schaden erlitten! Obwohl ich zweimal am Boden gelegen hab! Ne, hast du nicht! Doch, hab ich! Klar! Nein, du hast 300 erlitten! Wie viel? 300! Über 300! Und Zoe hat 40 erlitten! Ja, ich hab doch am wenigsten erlitten! Das ist... Wenn du am meisten erleidest, dann bist du schlecht! Oh, oh! Zoe war die Beste mit 40, dann kam ich mit 100 irgendwas! Ja, Zoe cheatert auch! Das ist ja... 378 Zombies nur! Ja, das ist nicht viel, ne? So! Ja! Sehr schön! Nächste Kampagne, ne? Ja... Eine geht noch, komm! Eine Creme noch rein! Ja! Das Gewächshaus, Alter! Das Gewächshaus! Wie viele haben wir denn eigentlich noch? Wie viel ist das jetzt? Äh, das ist jetzt insgesamt die wievielter? Ah nein, wieviel brauchen wir noch mit der zusammen? Äh, also jetzt kommt noch Flug zur Hölle, Blutdurst und kalter Strom! Und danach könnte man die Add-on Kampagnen anfangen! Okay! Sind die kostenlos? Ja, die sind alle kostenlos! Kannst du finden im Workshop, im Steam Workshop! Also da, wo wir auch unsere Skins herhaben! Genau, genau! Wunderbar! Und da ich jetzt auch mal cool sein will nämlich Zoe! Obwohl, bei mir geht Zoe gar nicht! Warte! Du musst... Ach, bei mir... Hä? Nimm einfach mal Zoe! Okay, ich bin nicht Zoe! Gut! Ähm... Ja! Gut! Wollen wir? Ja! Oh! Der... Ah, ihr Flug hat Verspätung! Das ist das! Mhm! Dauerhaft, Alter! Das wird heftig! Ich bin auch leicht, also nicht so! Der Flight just got delayed! Permanently! Der Flight just got delayed! Permanently! Dead air! Musst mal im Aussi-Slang sagen! Der Flight has just got delayed! Permanently! Boah, Alter! Ich muss mal sagen, der Flight just got delayed! Permanently! Permanently! Dead air! Alter! Dead air! Der Level heißt Dead air, jo! Dead air, jo! Biss'n Aussi! Flüge zu Aussi, jo! Bin ich! Ihr Flüge habt, der Spätung! Dauerhaft! Alter! Du hörst dich wirklich wie ein Aussi an! Boah, hab's geübt, doch! Was zum... Weil du... Hartdrück um das Fenster nutzt... Hä? Ich will nicht! So! Ach! Du bist... Du bist... Du bist... Ja! Katana! Katana! Meins! Oh, Robbomb, Alter! Übel viele! Wo, wo, wo? Rechts! Alter, das ist... Ey, das ist... Wo war das Katana? Hier links! Oh, das hat... Hehe, war nur eins! Oh, Helming Basie! Okay, mach das! Oh, das Medi! So, diese Map haben wir auch schon gespielt! Echt? Ja! Stimmt! Haben wir! Ich geh oben lang! Äh, oh! Warte mal, ich schick mal ihm eine Robbom rein, ne? Und hol mir ne neue! Warte mal! Warum steht ein Francis da so doof rum? Weil er es kann! Francis leckt! Jo, der hat nen Ping! Echt? Ne! Nein! Ach, Quatsch! Wie soll denn ein NPC einen Ping haben? Ich guck auch noch! Hätte sein können, dass da jemand drauf hat damit! Das wäre ein... Freundes-Server! Das ist... Das geht nicht! Das hab ich ausgestellt! Das möchte ich auch nicht! Ja, hab ich auch gemacht! Ja! Ja! Frames! Was ist los, yo? Hallo meine Freunde! Frames! Frames! Frame! Wisst ihr! Bei diesem Spiel sind seine besten Freunde die Frames! Und bei Need for Speed World ist es der Latte-German! Hast du schon wieder eine Robbombe geworfen? Nein, nicht doch nicht! Würde ich nie tun! Alter, geh damit mal sparsam um! Ja, klar! Lobet! Alter, wie cool der aussieht, man! Kalias hat Charter gekillt! Was? Wie das denn? Ich hab einmal draufgehauen mit der Waffe! Ja, normalerweise hab ich den ja auch gekillt, ey! Habe ich doch, Mann! Ist doch okay! Hau zu schreien jetzt! Ich alles kaputt mache! Ja! Bist du auch angesprungen so cool? Klar! Ja, Mann! Was steht hier? Keine Ahnung! Gott ist tot! Finde ich gut, finde ich gut! Oh, hier sollten wir glaube ich nicht runter springen! Doch, da! Doch, da müssen wir so runter! Ja, ich bin aber nicht bei der ganz hohen, man muss das Vordach nehmen! Du musst das Vordach nehmen! Oh! Hm! Rohr! Verdammt, ich hab ja... Hier ist ein Rohrbämmchen, mein Freund! Was? Bämmchen, Bämmchen? Hier ist ein Rohrbämmchen! Oh! Ja, gut! Hallo, Schnucki! Nein! Hey! Hey! Bin ich alleine auf Klosen, das ist langweilig! Oh! Er hat den Rücken gehauen! Alter, die Blut sind so gerechtlich heftig, wenn du sie nur anpflegst! Hm! Schaut! Das meinst du, was die ganze Zeit nur machen! Kann man das Blut hauen? Oh, voll! Blutschub! Oh, hier sind es, hier ist Brandmonitor, lass mal ihn nehmen! Ja, mach mal! Oh, incoming incoming! Oh, und scheiß drauf! Danke! Warum denn? Nimmer Luis, Mann! Oh, jetzt reg dich mal nicht auf, Pussy! Na! Na, dich selber, Alter! Oh, nein! Nein! Wie, Luis? Oh Gott, dieser Ficker, ey! Ganz ehrlich, Luis ist schlimmer als Xerox! Ja! Rechtige Looter-Kings, ne? Ja, wie geil ist das denn? Ich hab mich versteckt! Such mich! Hier ist ein Safe-Room! Ich seh dich sowieso auf der Karte! Such mich doch erst mal! Ich seh dich doch sowieso auf der Karte, Mann! Also auf dem Ding sind's... Ja, hier, toll! Und jetzt? Ich komm hoch jetzt! Ja, gut, komm! Komm mal her! Komm mal her! Ich hab ein Geschenk für dich! Was, du Penner, was? Komm her! Nee! Hey, hör schon aus! Hehehehe!